Der mittlerweile Wahlberliner hat nämlich einen Roman geschrieben, der in einem kleinen, fiktiven Allgäuer Dorf spielt. Die Eistoten, heißt das Buch, in dem ein elfjähriges Mädchen zusammen mit ihrem Freund einen Tag vor Weihnachten eine stehende, erfrorene Leiche findet. Gruselig, wie friert's schon. Im Roman gibt's keinen Kommissar, nur das kleine Mädchen. Und was so faszinierend an dieser Geschichte ist, weiß der Autor Christian Buda natürlich selber am besten. Was ich interessant fand am Roman selber für mich, also das Schreiben, ist erstens die Hauptperson selber gewesen. Ein elfjähriges Mädchen ist erstmal ein Mädchen, was eigentlich ich so gewählt habe, weil das eine Zeile ist, wo man sich wahrscheinlich viele Fragen stellt. Das ist ein Alter, wo man so zwischen den Welten ist. Und genau dieser Zwiespalt am Anfang, der hat mich immer fasziniert, weil ich das dann in Verbindung gebracht habe mit der Philosophie. Und ich unbedingt etwas machen wollte, was ein bisschen über diese Grenzen hinausgeht, das rein who done it, also diese reine Suche nach einem Mörder. Ja, und da ist schon was dran. So dieses kindliche Hinterfragen beantwortet manchmal die schwierigsten Fragen im Alltag am allerbesten. Die Eistoten auf der Frankfurter Buchmesse, also eine spannende Sache. Übrigens, der Roman soll der erste in der ganzen Reihe sein. Schon im nächsten Jahr erfahren wir, wie es weitergeht, wenn das kleine Mädchen größer wird. Und was passiert mit so einem Hit, wenn er groß wird, wenn er ganz groß wird? Ja, dann wird er auch noch viele, viele Jahre später im Radio gespielt. So wie der hier von Corey Hart. Sunglasses at Night. 1984 ein Hit. So wie der hier von Untertitelung des ZDF, 2020